Die nächste Saison steht an hier in Dirt 3, willkommen zurück, ich gehe mal rein, da steht irgendwas mit Rampage, gibt es eine Ansage? Du bist jetzt wirklich kein Anfänger mehr, aber nun musst du der Welt beweisen, dass du ein echter Rennfahrer bist und nicht nur eine Eintagsfliege. Und dafür gibt es nur eine Methode, du musst Podiumsplätze holen. Richtig, du bist interessanter geworden, also kannst du zum Saisonstart aus zwei Meisterschaften wählen. Such dir eine aus. Ach, ich mache der Reihenfolge nach, von links nach rechts. Ja, ich bin kein Anfänger mehr, aber ich bin trotzdem nach wie vor um keine Anfängerausrede verlegen. Zwei hatte ich ja schon in der vorigen Folge. Meine dritte Ausrede ist, dass ich jetzt nochmal teste, ob der Schwierigkeitsgrad so anzieht, dass ich mir vielleicht doch lieber keine 6 von 6 leiste. Deshalb für diese Folge noch einmal 5 von 6 und wenn es jetzt immer noch klappt, dann können wir mal hochgehen. 1.000 Lakes Crown in Finnland. Eine Rallye. Okay, mit zwei Etappen. Gleich lang. Okay. Kennen wir die schon? Mutanen kenne ich auf jeden Fall schon. Was nehmen wir denn da für eine Klasse? Open klingt doch gut. Hatte ich überhaupt Hella Racing schon? Kann ich eigentlich direkt mal machen. Subaru. Oh, der Colin McRae. Mitsubishi. Subaru. Da ist er auch schon. Kastroll. Ach, ich nehme den mal hier. Habe ich gerade Bock drauf. Und ihr merkt in der letzten Folge, oder habt es vielleicht gemerkt, da habe ich schon gar nicht mehr auf die Ziele geachtet. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil, wie gesagt... Der Regen ist nicht zu stark. Alles sollte laufen wie gehabt. Übertreib es aber nicht. Stellenweise wird der Grip sehr gering sein. Oh, Regen. Ja, jetzt habe ich mir meine Rufpunkte aufgebaut. Bis Stufe 12 gekommen. Boah. Aber wenn ich dran denke, gucke ich mal. Und jetzt heißt es, gewinne mit einer Sekunde Vorsprung. Liegt im Bereich des Möglichen. Ganz schön grau in grau hier. Na gut. So, jetzt... Nachdem man eine ganze Folge... Oder fast eine ganze Folge Gymkhana gemacht hat, ist das wieder was völlig Neues hier. Da muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Oh, mit Kehre. Okay. Aber macht auch gleich wieder Spaß. Uh. Blödsprung verloren. Na gut. Was bin ich denn? Ach, ich bin der Erste. Dann kann man natürlich... Ja, dann sind die... Hey, weg von der Straße. Dann sind die Rundenzeiten, oder die Etappenzeiten natürlich wieder keine Referenz. Da muss man erstmal die anderen abwarten. 60, links 6. Ich hab aber das Gefühl... Boah, das könnte laufen. Rechts 6 plus innen halten. Links 6 nicht schneiden. Rechts 6 nicht schneiden. Dann bin ich nicht ein bisschen Zaun mit. Also Zaun ist jetzt nicht Absperrung. 35 plus über Kuppe in Achtung links 2. Police Line do not cross. Oh, das ist fies. Da bist du hier im Vollrausch. Rechts 4 über Kuppe. Das ist eine dankbare Strecke. Ich find die nicht allzu fies gerade. Ich hab hier die ganze Zeit Vollgas, ne? Was die Karre halt hergibt. Links 4. Wow. Rechts 3. Links 5 macht auf. Rechts 6 über Kuppe mit Dich voll. Miss Ziel. Was ist denn das Ziel? Okay, das wird ja wohl eine Sekunde Vorsprung sein. Oh, Leute. Krass. Was hätte ich besser machen können? Das hat sich echt gut angefühlt. Okay. Das ist fast eine Sekunde. Na gut. Aber. Ja. Sie halten es ja auch immer spannend. Hab ich ja schon mal erklärt. Wenn jetzt im zweiten Lauf jemand anders die 1 ist, dann kann ich es noch schaffen. Äh, theoretisch sogar mit 2-2ern. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann ist halt auch meine Theorie bestätigt, dass natürlich die Saisons schwerer werden. Und ich gar nicht mehr hochgehen muss vom Schwierigkeitsgrad her. Mal gucken. Mal gucken. Wie sehr ich noch auf die Fresse bekomme. Ich meine, zweiter Platz ist ja nun auch nicht schlimm. Tempo 159. Das ist natürlich wieder unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Vielleicht habe ich jetzt auch eine Karre genommen, die nicht so. Aber hallo Colin make Rally Car. Was kann man da falsch machen, ne? Die Karre vom Meister selbst. Da muss ich mir doch keine Vorwürfe machen. Ah, schöne Sonne hier. Schöne Lichtverhältnisse. So, jetzt werde ich aber Dampf machen. Ich glaube, ich muss noch mehr Vollgas machen. Außer hier. So, da bin ich doch schön rum. Und hopp. Okay, das war das Bonusziel. Jupp. Oh, da hätte ich ja sogar mit Vollgas noch mehr reingehen können. Oh, jawoll. Passt auch. Oh. Ich dachte, da komme ich besser durch. Rechts halten, Übergruppe. Also hier. Oh. Da hat jemand Teile gelassen. Und. Komm schon. Okay. Jetzt kommt es auf die Gesamtbilanz an. Das war jetzt das zweite Rennen. Ich habe nochmal. Guck mal da. Ich habe praktisch so ziemlich zwei Sekunden gut gemacht. Naja, nicht ganz. Aber, ja. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, ich bin echt erstaunt oder begeistert, wie gut sich Dirt 3 technisch und vor allem grafisch immer noch hält. Also, ich bin da jetzt nicht der anspruchsvollste, aber schön aussehen soll es schon. Und das tut es halt immer noch, ne? Das tut es halt echt immer noch. So, das war... Achso. Smash Attack. Was war das denn? Ähm, dann machen wir jetzt mal... Ach, Trailblazer haben wir ja noch gar nicht gehabt hier in Dirt 3. Cool. In Finnland. Trailblazer ist die absolute Highspeed-Disziplin. Auf langen Etappen musst du dich in ultimativen Offroad-Boliden beweisen. Diese leichten Renner sind nur schwer zu beherrschen, verliere also nicht die Kontrolle. Ähnlich wie bei Rallys führen die Rennen über mehrere Einzeletappen und die Zeiten werden addiert. Nur die schnellsten Fahrer können hier erfolgreich sein. Okay, zwei Strecken sind auch einigermaßen lang. Wie, ich habe die Wahl zwischen Trailblazer-Karren und Classic? Naja, gut. Peugeot, Audi Quattro. Okay, Toyota. Ich nehme mal so ein Audi hier. Nehmen wir den hier mit Kony Motorsport. Jawohl. Wenn du mindestens Zweiter wirst, stehst du im Finale. Ach, der rechnet mir schon meine Punkte aus? Sehr interessant. Okay, mindestens Zweiter. Tempo 180 wäre das Ziel. Ich denke, das könnte ich irgendwo schaffen. Ja, ganz vorne. Ja, ganz vorne. Und los geht's. Oh, leg dich mal da rum um die Kurve. So. Oh. Das waren die 180. Oh, oh, oh. Krass. An der Stelle hätte ich sie noch nicht erwartet. Ach, schön hier auch die Häuschen. Oh, 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 oh. Oh, da habe ich ja mal sehr spät auf die Karte geguckt. Das kann jetzt ein bisschen der Genickbruch gewesen sein. Mal gucken. Man darf hier nicht zimperlich sein, natürlich. Oh, da vorne kommt auch eine Kriere. Oh, oh, shit. Ich bin die ganze Zeit auf der Bremse, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay, hat aber noch geklappt. Und hier noch rum, ja. Oh. Mal ein bisschen Handbremse. Auch wenn Handbremse das Letzte ist, was man im Trailblazer vielleicht machen sollte. Keine Ahnung. Und. Na ja, vielleicht doch ein bisschen. Mal gucken. Oh. Ich denke, für das erste Trailblazer komme ich hier ganz gut durch. Da werden sie vielleicht die Zeiten noch großzügig angelegt haben. Ah, da ist schon Ziel. Okay. Und. Hopp. Oh, shit. Okay, er hat ja gesagt, mindestens zweiter. Ich war zu zaghaft. Zeiten sind, naja. Das sind schon, das sind schon volle, gute zwei Sekunden drüber. Das ist nicht so schick. Mal sehen, was der zweite Lauf bringt. Ja, ich tensiere langsam dazu, bei dem Schwierigkeitsgrad zu bleiben. Wie gesagt, weil die kommenden Saisons werden ja auch nicht leichter. Da deutet sich schon was an. Vielleicht gönnt man mir ja, dass ich nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gehe. Da man hier sowieso keinen Feindkontakt hat. Außer bei Rallycross dann. Müssen wir mal gucken, wie sich das auf Rallycross auswirkt, ne? Wie ich da struggeln werde. Ah, schön, wie die Sonne hier so durchkam gerade. Ich hätte ein bisschen mehr driften müssen. Oh, oh, oh. Also nicht so driften. Ja, mit den Trailblazer-Dingern kann man hier eigentlich auch ganz schön durchsliden. So, hab nicht auf die Vorgabe geguckt. Ah ja, wieder Tempo und eine Temposache. Ei! Ich hatte nicht so eine gute Haftung. Durch den Ruckler da, durch den Rumpler. Dadurch habe ich etwas den Grip verloren. Beziehungsweise die Ausrichtung der Karre. Oh, ah, schön gerade hier. Aber da vorne wird es fies. Aber ich kann ihn doch praktisch schon sehen. Ist das nicht ein gutes Zeichen, wenn ich hier schon einen einhole? Ah, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Der muss ja nun auch vorher in Kurven andremsen oder abbremsen. Da kommt man natürlich näher ran. Äh, also Pseudo näher ran. Oh, oh shit, das war nicht gut. Das würde ich nochmal wiederholen. Hehe. Ja, man verschätzt sich da, ne? Thema Trägheit, Fliehkräfte und so. Oh. Nicht beim zweiten Mal dann zu weit innen sein. Wenn man die Strecke dann irgendwann ein zweites und ein drittes Mal fährt, dann geht die auch gleich wieder sehr viel besser. Oh, guck mal, das habe ich doch ganz okay hinbekommen. Aber ob es reicht, ob es reicht. Da sehe ich ihn wieder. Nicht nur auf der Minimap, sondern auch live. Oh, oh. Oh, shit. Das ist nicht gut. Das war nicht gut. Oh, ist schon das Ziel. Ah, ja. Ah, shit. Okay, dann werde ich wohl vierter sein. Insgesamt. Das ist jetzt zweites Rennen. Da sind es... Oh, je, nee, nee. Fast drei Sekunden. Das wird ja mal schlimmer. Okay. Ja, Podium geschafft immerhin. Mehr will man doch nicht. Wenn man es ein bisschen anspruchsvoller hat. Ja, okay, okay. Trailblazer hat mir jetzt so einen leichten Klaps auf den Po gegeben. Nicht die totale Popo-Kloppe, aber so ein bisschen die Andeutung war da. Das ist okay. Dann... Oh, ja. Jetzt kommt Land Rush in Aspen. Ach, das ist ja wieder Schnee und Eis. Drei Runden. Eagle Hill Loop. Ja, ich denke, ich bin angekommen bei der richtigen Schwierigkeit. Was haben wir denn? Stadium Truck. Alles Stadium Truck. Dann geht es jetzt hier nur um die Lackierung. Boah. Puh. Hm. Keine Ahnung. Den hier. Habe jetzt nicht auf die Werte geguckt. Natürlich geht es nicht nur um die Lackierung, sondern auch um Gewicht und PS. Aber betrachte ich mal als nebensächlich in einem Arcade-Spiel. Letztes Mal hast du das Auto wie neu zurückgebracht. Alles ist bereit. Keine Sorge, das kann ich ändern. Diesmal vielleicht nicht. Feuerwerk. Na dann mal los. Schon wieder nicht aufs Ziel geguckt. Egal. Das Ziel ist überleben. Und gewinnen. Möglichst. Oder das Beste rausholen. Sagen wir mal so. Und hopp. Das ist doch schon mal gut, oder? Hier an Position 2 geschoben. Oder auch 1. Boah. Halten, halten, halten. Ja, es ist dann einfach so. Oh. Oh. Hey. Da bin ich ja gar nicht um die Kurve gekommen. Aber es ist dann einfach so. Manche Disziplinen bleiben leichter als andere. Ob das jetzt individuelle Stärken und Schwächen des Spielers sind. Oder vielleicht auch ein bisschen eine Unausgeglichenheit im Spiel. Sei mal dahingestellt. Wird eigentlich von mir nicht sagen, dass ich besondere Stärken oder Schwächen habe. In so einem Rennspiel hier. Ich bin durchschnittlich Mittel. Durchschnittlich, durchschnittlich. Sagen wir mal so. Boah. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Ob da was anderes erkennbar ist. Aber. Ja. Ich wüsste nicht, dass ich irgendeine Disziplin besser könnte. Und eine andere besonders schlecht oder so. Ich wurschtel mich halt so durch, ne. Das ist meine Taktik. Ah. So. Vielleicht muss man ja die Kurve auch eher außen angehen. Dass man so. Ne. Dass es einen so mit der Schrägen nach unten drückt. Ich probiere es beim nächsten Mal noch besser. Jetzt habe ich es schon mal angedeutet. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die Kurve raffe ich irgendwie gar nicht. Da gehe ich immer zu schnell rein. Aber wenn man nur optischen Schaden hat, kann man sich ja auch durchaus mal mit der Wande abbremsen. Nicht wahr? Boah. Okay, jetzt blöd Schwung verloren. Aber die sind ja alle noch deutlich hinter mir. Oh. Vielleicht mal der Streckenführung folgen. Dabba, 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 dabba. So, hier darf man einfach nicht so schnell rein. Und dann mache ich auch ordentlich Handbremse. Also die nehme ich einfach ganz weit in. Vielleicht sollte ich es mit der anderen Mal auch etwas mehr machen. Habe ich noch eine Runde, um das zu probieren. Ja. Der Profi wird wahrscheinlich auch mein Bremsverhalten analysieren. Wie oft da die Rücklichter angehen und so. So, das war ja noch ganz gut. So, jetzt versuche ich die mal außen anzufahren. Dass ich schön so in Schräglage komme hier. Dass man möglichst nicht so viel Schwung verliert. War auch nicht optimal. Aber ich denke, das war schon besser als vorher. Und jetzt kommt man hier den Berg runtergeschossen und ist einfach zu schnell. Deswegen, äh. Optimal werde ich die nie kriegen. Oh. Oh. Oh, je, je, je. Okay, so. Ha. Huh. Ah, haut auch hin. Okay, das ist doch, das dürfte doch schon Zielgeraden sein. Also, oh, jetzt kann man gerade die Rückleute da nicht sehen. Auf der Minimap sieht man sie auch schon nicht mehr. Also, das war jetzt wieder easy, ne? Erstaunlich. Wenn ich es mit einem Buggy hätte fahren müssen, sähe die Sache auch ganz anders aus. Aber das sind jetzt hier mal fröhliche vier Sekunden Vorsprung. Und ist ja auch nur ein Rennen. Ich bin sehr beeindruckt. Absolut. Du hast den Laden richtig aufgemischt. Wäre natürlich spannender gewesen, wenn jetzt gerade in so einem Head-to-Head-Dingens, wo man, äh. Wie gesagt, Feinkontakt hat, die etwas aggressiver gewesen wären. Naja, mal gucken. Wir werden dann eine Gesamtbilanz fassen. Von Folge, wo sind wir? Fünf. Folge fünf. Okay, du hast die Qualität im Finale. Die Saison ist zwar noch jung, aber du hast uns ganz schön bekannt gemacht. Ich sag's doch, du bist ein Rockstar. Oh, Aspen Head-to-Head ist Finale. Jetzt kommt erst mal, ja, was ist denn Smash Attack? Nein, eine Roboter-Invasion. Zerstör die Roboter, rette die Welt und wir sorgen dafür, dass du berühmt wirst. Nichts Besonderes, oder? Die Invasion hat begonnen. Beim Smash Attack erhältst du Punkte für jeden zerstörten Roboter. Also erledige so viele wie möglich innerhalb des Zeitlimits. Aber Vorsicht, für Kollateralschäden gibt es Punktabzüge. Ah, ich weiß. Ich werde es jetzt nicht spoilern, wir werden es gleich sehen. Aber da gibt es auch was, das sollte ich nicht kaputt machen. Das meinen die mit Kollateralschäden. Also Roboter-Böse. Hey, dein Sponsor erwartet hier mindestens die Bronze-Medaille. Hör also einfach auf Christian und gib dein Bestes. Roboter-Böse und was anderes ist eher schützenswert. Und da sieht man es auch schon. Die Häuschen sollte ich nicht umfahren. Ja. Der Hunigen ist bereit. 15 Punkte soll ich holen. Also 15 von den Dingern. Na gut, schaffen wir das hoffentlich. Oh, ja, das war ein Minuspunkt. Oh, jetzt vielleicht da durch. Muss ich hier durch? Jetzt muss ich einen Donut machen. Ach, du schreckst. Das war kein perfekter Donut. Ha, das waren sie alle, oder? Ich glaube. Nee. Oh, da waren ja noch welche. Das sieht man ja jetzt sogar. Ach nee, das war der Anfang. Ach, keine Ahnung. Mir reicht ja Gold. Hätte ich eine bessere Zeit? Nö. Ach so, einen Minuspunkt hatte ich ja auch. Hatte ich mehr als einen Minuspunkt? Ich weiß es gar nicht. Wir machen keine Wiederholung. Ihr macht die Wiederholung auf YouTube, wenn ihr wollt. Ich mache sie später in meiner Videoanalyse. Aber Gold ist immer okay für mich. Platin muss es nicht sein. Gold finde ich schon super. Ja, das war die Smash Attack. Sehr schön. Dann, nee, war immer noch nicht das Finale. Jetzt kommt natürlich Aspen Head-to-Head im Finale. Drei Runden Buttermilk Descent. Aha, leckeres Buttermilch. Äh, 80er. Machen wir 80er. Was haben wir denn da? Renault, Ford Sierra. Opel, Mann, da hatte ich schon. Vielleicht mal einen BMW. Ja, wiederholt sich hier auch alles. Das ist dann mal den BMW M3 Rally. Mal sehen, was der kann. Die Brustwarzen von dem da, ne? Es schneit richtig heftig. Deshalb habe ich die Bodenfreiheit erhöht, die Aufhängung weicher eingestellt und das Differenzial etwas geöffnet. Bei zu abrupten Gewichtsverlagerungen kann das Auto ganz schnell ausbrechen. Sei also vorsichtig mit dem Lenken, bis du es raus hast. Du machst das schon, Herr Mechaniker. Ich vertraue dir da. 181 kmh für die Punkte. Okay. Ach, sieht doch ganz schick aus. Die hole ich hier beim zweiten Mal. Die 181, wenn ich hier ein Fliegen mit Start durchmache. Ja, das könnte jetzt natürlich, wir kennen die Strecke schon, aber das könnte jetzt echt kritisch werden. Wenn man hier wirklich bei Schneefall durchmüsse. Oh je. Schauen wir mal. Oh, ich liege hinten. Das ist schon mal nicht so cool. Das ist ja schon mal nicht so gut. Das ist gar nicht ohne. 80. Ei, ei, ei. Ich sehe hier nicht so die Chancen gerade. Uuh. Ah. Nicht gut gegengelenkt. So, jetzt vielleicht mal die 181. Oh, ich wäre neben mir. Okay, das war das Tempo. 80. Uah. Uff. So, vielleicht erwische ich jetzt vielleicht erwische ich jetzt die bessere Hälfte der Strecke. Um mich vorn halten zu können. Das ist so meine stille Hoffnung. Jetzt sind wir gerade echt gleich auf, ne? Auf der Fortschrittsmap. Fortschrittsbalken, meine ich. Uuh. Das war kacke. Innen an einer Kurve hängen geblieben. Muss man nicht haben. Oh. Verdammt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Muss mich ranhalten. Okay, jetzt kommt der Vorsprung. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Am Ende ist die KI so programmiert, dass sie es spannend hält und am Ende zurückfällt. Im Zweifel. Das wäre natürlich ein bisschen billig. Aber jetzt ist auf einmal der Vorsprung da, ne? So. Wir kennen die Strecke. Wir kennen die Streckenverhältnisse. Jetzt muss es besser werden. Ja, aber guck mal. Das waren jetzt trotzdem, äh, naja, keine vier Sekunden, aber so drei, sechs oder sowas. Wenn ich richtig rechne auf die Schnelle. Also da war auf einmal viel Zeit da. Ja. Dann wird es ja wohl beim nächsten Mal auch noch klappen. Wie viele Runden haben wir denn in dem Turnier? Noch eine zweite oder sogar noch eine dritte? Dieses Gitarren-Riff erinnert mich an irgendwas. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah ja, irgendwas von Bloodhound Gang war das. Kriegt den Titel nicht mehr zusammen. War von Hurray für Bubis. Das weiß ich noch. Oh, aber es gibt keinen Schnee mehr. Ah, lenkt mal rum hier. Ich lenke voll ein, es hilft nichts, ne? Achtung, überweiten Sprung. Boah. Oh, oh, das ist ein bisschen schlecht eingelenkt ganz am Ende. Kurz vorm Sprung noch eine blöde Lenkung gemacht. Ah, jetzt kommt die, okay. Diesmal bleibe ich nicht hängen. Okay, so. Hauptsache ich fahre hier nicht auf dem falschen Blatt. Ah, guck mal. Ich bin jetzt direkt neben ihm und auf der Fortschrittsmap habe ich aber den Vorsprung, ne? Also das bedeutet, dass ich doch schon mehr Strecke geschafft habe. Interessant. So, wir haben mal wieder die Tempogeschichte. Ich halte es mal voll runter. Ja. So, das war doch sauber hier. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Nehmen wir auch ein bisschen den Sprung noch mit, ne? Ah. Na, geht so. Jetzt holt der auf. Jetzt habe ich natürlich im ersten Teil, weil wir die Seiten gewechselt haben. Oh. Ah. Ach, verheirat. Jetzt habe ich im ersten Teil den Vorsprung gehabt und verscherze ihn mir jetzt. Ah, shit. Was? Jedes Mal bleibe ich in der Kurve hängen. Herrgott. Aber wieder so viele Wiederholungen. Die nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Oh, guck mal hier. Mit Handbremse reingegangen. Hat eigentlich ganz gut gewirkt, ne? Ah. Jetzt wollte ich ein bisschen außen lang, um nicht Schwung zu verlieren. Oh je, Mini. Ist das knapp. Oh, oh. Die Positionen wechseln. Das ist ja... Das ist ja nicht schön. Oh, shit. Oh, shit. Ist das knapp. Ist das knapp. Oh, 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 oh. Das war sauknapp. Oh Gott. Und die ganzen Neuen. Lustig. Iiih. Naja. Gute halbe Sekunde. Äh. Die ist dann doch vorhanden, aber live hat die sich ganz eklig angefühlt. Okay. Da kommt noch Runde 3. Da habe ich ja noch was vor. Das muss jetzt nicht unbedingt klappen. Aber dann bin ich eben Zweiter. Zweiter Sieger. Geht doch auch. All righty. Jetzt wird es natürlich happig. Und wir haben wieder Schnee. Oh Mann. Man braucht ja auch eigentlich immer nur so sein Auge ein bisschen oder sein peripheres Sehen. Oh. Oben rechts haben. Da wechselt dann vielleicht häufiger mal der erste Platz durch. So. Jetzt gerade rüber. Boah. Jetzt habe ich wieder die Sache, dass ich in der ersten Runde aufgrund der vorteilhaften Streckenführung vorne bekomme. Das heißt jetzt also noch gar nichts. Oh Mann. So. Vorsprung ist an sich gut. Erstmal. Ah ja. Mal gucken, wie ich das halten kann. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Schon gar nicht in dem Eis und Schnee hier. Da war wieder der Bonus. Das habe ich ganz okay gemacht für mich. Das auch, denke ich. Vom Tempo her, was ich halte. Ja. Da bin ich vorher immer mehr hängen geblieben. Aber jetzt wird es knapp. Man sieht, der holt auf. Er holt auf. Er holt auf. Jetzt fahre ich hier durch. Mal ohne Handbremse. Hat auch gut funktioniert, ehrlich gesagt. Oh. Jetzt hier außen lang, damit ich nicht den Schwung verliere. Oh je, er kommt, er kommt, er kommt. Ah, ist das spannend. Oh. Inhalten, Inhalten, Inhalten. Ja, doch. Das klappt. Das klappt. Und Bäm. Ich glaube, das habe ich nochmal gut gemacht. Da war ich jetzt, glaube ich, nochmal so acht Zehntel ungefähr schneller, als ich es vorher selber war. Und über zwei Sekunden gut gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, doch wieder einen neuen Sponsor bekommen. Sehr nice. Ja, jetzt hätte ich eigentlich gedacht, ich schaffe es noch in dieser Folge, aber prompt ist die Folgenlänge erreicht. Also Monte Carlo ist wieder so ein Bonuschen, was wir in die nächste Folge mit rübernehmen. Da können wir mal gespannt sein. Ja, und dann schaltet doch einfach wieder ein. Dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss.